Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video mit einer krassen Idee die ich habe, weil normal spielen wird langsam langweilig, deshalb spielen wir jetzt die Iron Man Challenge in League of Legends, aber nicht dass man bei jedem der Niederlage neu anfangen muss, weil bei 114 Champions sind schwierig, deshalb einfach nur ein Mix, gucken wie oft wir mit allen Champions gewinnen können, wie oft wir verlieren, und wir spielen jeden Champion einmal durch, den ganzen Roster, also alle Champions, die ich habe, also die Champions, die wir jetzt hier sehen, kann ich nicht spielen, beziehungsweise wenn die Fruit Fashion da ist, könnte ich sie spielen, und heute fangen wir an mit Arthrox, und mal gucken, wie es so klappen kann, wird, tun sein müssen, nicht. Ich weiß nicht, wie man Arthrox spielt, äh, also worauf man Arthrox spielt, wie man Arthrox spielt, ist ja nicht so schwer, aber worauf? Komm. Fuck. Ich habe schon eine Skin natürlich nicht. Ich muss mal gucken, wie wir gewinnen werden, ob wir überhaupt gewinnen werden. Ich weiß, dass wir die erste Folge direkt mit einer Niederlage anfangen. Aber bestimmt, bestimmt wird die anfangen mit einer Niederlage, so wie ich mich kenne. Puh, 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 puh. Ja, da gibt's jetzt nicht so sagen, so ja. ich werde ein champion pro folge spielen und das auf tschüss die tür dann immer weil sonst würden würde es ein bisschen lange dauern bis ich fertig bin ich will das jetzt nicht einen eigenen abend durchspielen weil es da wird auch viel zu das würde niemals klappen aber ich also schon in einer kürzeren zeit schuss absolut absolut ab zu solvieren zwei kundigen was wir jetzt erst mal spielen die tipps screen opi erila und bürde ok poppy ist ein counter erilias verhindert und bürdeos verhindert wird schwierig das wird sehr schwierig ich weiß nicht gegen wen ich am liebsten spielen würde auf der lane aber ich kann mich mal halten wir jetzt mit acht hocks nicht aus aber so von gefühl her würde ich sagen würde ich am liebsten gegen artbox spielen aber dann wird es auch spieler schätze für wäger warum heißt längere lehnen ich habe ein tisch und weniger nicht was ist mein banner ich habe keinen banner wenn der baller ist ein ausglücklich sind nicht da bullshit ich weiß es bei den neuen champions ist mein schiff drücken muss um alles zu sehen ist nicht wirklich in großen durchgemacht weg als afg anscheinend das spiel gegen die rede schätzt nein nein wir werden verpassen ja direkt im ersten folgenden fk spin not und das ist ein papi auch schon auf klug kacken oder sich auf ich kann nicht sterben ist dann bin ich tot sie ist auch gelaufen komm jetzt zu mir ich hab's noch rausgekriegt ok flasht flasht schon mal raus kriegsgott könnte mich nicht töten aber mein team sind mit teammates damit das hätte mich niemals dann sollen dürfen niemals er war das ist schon dass sie beim letzten letzten gegen den ich gemacht habe hier oft das kann ich mal so lange her war so ich rasiere mein eigener komplett war die gina kämpft konstant auf meine lane das nicht wirklich viel druck aufbauen kann jetzt schon besser und weg hat sich gehabt also werde ich jetzt beginnen hätte ich schlecht an weg gehabt ich bin schon 6 recht für gold auf jeden fall kein fächer oder fertig schien und schien ist wichtig auf mir ja nämlich schon fährt jetzt hat sie warum hat sie keinen schienen gekauft der viel besser auf hier aber naja besser für mich schlechter für sie müssen die regeln von liegt besser für mich ist ich habe für mich jetzt besser für sie genau anders hat auch anders bauen können und schuhe und so aber dann hättest du nicht mehr reichen ich wollte jetzt unbedingt ein falsch machen ich hätte auch eh viele autotext machen müssen und ich nicht getroffen was blitz äh 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 wie möglich gesch ampke als gän Oho Schlitz, haha, geschlitzt, ha, Ghostbuche, wird zu lange für extra viel Ghostbuche gewartet? Ich bin für mich viel zu defensiv, was ist das für ein Game, kein Bloodblood oder was, ich bin klar, Vega willst gählen, Velja willst gählen, wie sie so Pussyhaft spielt in Akkoi. Oh sie ist tot, ich hätte sie nicht reinläschen sollen. Ich werde diese Mortal-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn. Easy. Der Galio dachte sich, ja dann kann ich dir nicht mehr ficken, aber dann, eh eh, eh eh. Da kam ich und hab mir gedacht, so, fuck it, für mich, finde ich mal es trotzdem. Ja, jo, du bist ein Weide, der die Fotze. Das ist der Geflash, nice. Das ist der Geflash, nice. Das ist der Geflash-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn. Das ist der Geflash-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn. Das ist so traurig. Atroist kann man nicht ohne Bannerflüge spielen. Oder Flüge-Banner. Oder Banner... Banner. Wär gebannt. Battle ecosystem. Abtrane. Bitte. Sit down. Oh, das ist ein Puppi. Das ist ein Puppi. Ich bin der Weltender. Arrr. Arrr. Nein, ich habe sie getroffen. Und scheiße. Das ist ein Puppi. 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 Das ist so geil. diese report diese seien dass man sich die ganze zeit heilt und da was sie behindert ein guter synergie mit der sense und diamant weiß nicht ob ich mir zuerst jemand kaufen sollte oder das fans ich glaube ich kurz zuerst diamant und damit hier mal habe ich ein auto tech auch etwas starkes dabei dadurch dass sich minions die sie mich die ganze zeit heilen kann ich bin tot ich bin der beste ich bin zu zig hätte wir erwartet dass das überliebt hätte ich nicht aber ich hab's weil ich so gut bin am nackoy hier ist aber auch terrible ich 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 Das war's. Das war's. Was ist das für ein Megvideon? 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 mussten die genau dann entstehen oder feit begann und warum auch ausgerechnet 700 ms zeit anlaki extreme auch nicht oder sonst was es war schlimm durch jetzt aus versehen man hat man ja kein damage gemacht ach so das ist ja galio der kann sich ja selbst schützen bei ap galio supporten und schon eine damage revolution auf jeden fall fair ich verstehe ich war man die ganze zeit galio afis gehen geben will guten vollen ich habe ich habe ich habe ich habe und auch in der stanz das ist ja jetzt schon noch nicht im stück ist zu erinnern die zeit so komplett weg steppt natürlich ist so dumm und die user sind also tun die user sind immer so verdammt dumm verstehe nicht warum man es macht man ein champion nicht gegeben zu geben und die noch so überwacht dadurch dass das einfach kreiert die baut kaufen kann ich muss schlau spielen ich muss jetzt 46 34 ist eigentlich 40 schon noch 1300 gold sind alle super tank weil es galio aus dem grund sagt egal wasser baut tanky sein er sonst wäre nicht stellt sich mal in welt vor wo er egal nicht so stark wenn ich denke wir jetzt sollte sich mal für uns entscheiden entweder tankiness oder damit und nicht beides aber real ist das gestalt also das was jetzt nichts was ich habe vor unungswort late wie viel IP hat er? 133 warum hat er nur so wenig? es ist game over, wir haben besseres late game, wer gar nicht gut scalen kann runter dass wir rennen gerade zu z und über uns rüber, weil cario und die rieder super stark sind oh mein gott, wir haben sie erst gemacht na gut, das game gleich in der lage was kann ich tun? was soll ich tun? und ich könnte irgendwas machen ich meine wir haben eigentlich genug sie ist hier aber ist das irgendein grund so was hingeht mein angriff hat keinen schaden gemacht wenigstens habe ich jetzt meinen death stance, das kann ich vor den kind ich bin dein rettelarmotor oder amomagie? nein, nein, nur für ap, natürlich gibt es nur für ap ja, stimmt nicht, der ade ist auch mal was gutes bekommen im weg aus ausmeldet sich ja eine idee wir haben zu viel begleiten darf wir können wir nicht schützen na gut das war es bei der ersten folge trotzdem 30 minuten gedauert wir sehen uns am nächsten bis dann schau